Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge World of Warships. Hier bin ich mit dem guten Sef und Benni unterwegs und ich fahre hier die Königsberg. Mal schauen, ob wir diese Schlacht gewinnen. Ich wünsche euch viel Spaß. Viel Glück und ruhige Wasser. Vielen Dank. Katapultjäger in der Luft. Oh, ist so geil, meine Schrift. Und die geile Flagge. Oh Mann. Ich glaube, ich sollte mich hinlegen. Meine Medizin und dann lege ich mich hin. So B wird gecaptured. Ich habe keinen, der Sicht macht. Schön. Ich wurde entdeckt, wo auch immer. Fluger wurde entdeckt? Nee, ich habe ja einen entdeckt. Ah, der vorne. Ich brauche Feuerunterstützung. Die Maps sind viel zu klein, man kann eigentlich für stehen bleiben. Ja. Genau, 12 Kilometer Zeit machen wir halt. Oh, dieses ist jetzt gut überlegt. Ich habe keinen Falle entdeckt. Tschuck! So, ich habe es einfach mal nicht getraut. Motsuki ist im B dran. Und ein ... Nö, Motsuki. Nö, Motsuki. D ist im Kreuzung. Ich bin weit. Tschüss. Ich hab's heute nicht so am Zielwasser. Tschüss. Unser Team hat die Führung übernommen. Alle Kräfte, brauche Hilfe. Die Kaiser hat angehalten. Die Kaiser? Mhm. Korrekt. Ich bin auf die Kaiser, mach ich 10.000, ne? Ich würde mich jetzt auch, wenn man die Kaiser noch verknüpft. Das sind unsere Gesichter jetzt. Wieder langsam Gas. Würde ich Ihnen auch raten. Schlägt's auch ein wenig ein. Wieder nichts. Was ist das denn? Auf dem Kriegstuf, die Kaiser. Ja. Ich hab grad genau so getroffen aber es ging einfach nichts rein. Ich meinte schon kurios. Aber jetzt sind sie zu schnell. 1.000, 1.000, naja. Ich wende gleich wieder, aber wir müssen dann wehauen. Einfach mal kurz bei der König. Ja, ich hab ja gerade dabei. Jeder im Wende von mir. Ach, die frisst richtig schlecht. Ja, die kommt ja nicht mehr raus. Ja, komm. Was ist das? Unsere Dienste werden mittig gebraucht. Du musst versenken. Schönen, dann weg. Herzlichen Dank. Mit dich. Ich bin der neue Ex. Ja. Alle Stationen, Feuerunterstützung geben. Ja, wir sehen aber nichts zu tun. Ich brauche sofortiger Hilfe. Junge, fahr doch raus. Da ist. Was bleibt da auch da drinnen? Ja, ich will den Strecken. Ach, schnell gut, dann gehen wir zum Schiff zurück. Der hat lieber der Schleppschiff raus. Ich werde mich mal rechts von dir postieren. Jawohl, rechts. Ah, jetzt, guckst du drauf, geblockt, oder war das? Ja, ja, vielleicht, ja, König. Okay, ach, scheiße. Eine Omaha. Vor uns nämlich. Warum bleibt diese Kleine da stehen? Was ist die da auf? Überfeuerts, Omaha. Knöpft, ne, noch hinten dran. Ja, komm schon. Ja, jetzt trinken wir sie quasi in B rein. Oh, ne. Muss abdrehen. Oh, da ist ein New York draußen. Oh, je. Da gab's einen Zerstörer mal entfernt, da in der Mitte. Sehr schön. Sehr gut. Aber wie kann denn die auf mich schießen? Noch Svetlana. Pass auf den New Yorken aufgehauen. Oh, ne Königkunde. Eine Salve, rotz sie dich weg. Ach, du bist... Irgendwann fast. Oh. Svetlana. Bei Svetlana. Torpedos, achte aus! Unser Team hat die Führung übernommen. Geht nicht reichen, oder? Du hast nur sechs Kilometer gehabt. Achso. Ja, ja. 580 ist sie weg. Aber war zu schnell. Schön. Schön, schön. Und gleich da. Der zweite Svetlana kommt raus. Mhm. Mhm. Der dritten... Der dritten. Der dritten. Der dritten. Ach, kein Schaden, Alter. Ist ja auch nicht nur 1000. Wie geht es? ja die tropfen, das wird laner ja, ne? mhm, die kommen gerade raus da drüben kommt ne oma raus naja, das wird laner aus dem ok ah, den darf ich nicht finden so da die schlimme hat mich eh eingenommen das wurde von allen Seiten dokumentiert da die 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 Sie ist selten. So, das war geil. 34.000 Schaden. Ein Torpedo, ein Schiff, geil. Oh, neun Brände. Gut. Wassereinbruch, okay. So, das hat sich ja noch richtig gelohnt. Mit der Tarnung und alles. Aber schau, dass es dann weg ist alles. So, und das war es auch schon wieder. Eine kleine kurze Folge mit, wie gesagt, ZF und Benni. Hat riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Dann lasst doch einen Daumen da ab und nicht vergessen. Kommentieren natürlich auch. Immer wieder gern gesehen. Dann sage ich nur in diesem Sinne, wünsche euch einen ganz schönen Tag. Tollen Abend. Bye, bye.